Ich bin alleine. Ich bin gerade... Du war banned? Ähm, äh, ich wurde für Hacking gebannt. Was? Michael, warum stehst du auf dem Band? Darf das nicht? 2.000 Jahre später Hab ich meine Beine. Aber ich kann mich auch einfach in der Leckstück einstellen, dasselbe nicht mehr. Well shit! Dann kann man auch lieber entfinden! Glück! Es war Stalin, Leute. Da hätte gerade jemand von meinen Augen gebannt. Also... Von wer? Sian. Okay. Ich glaube, es ist Stalin. Aha, Sian macht ihn. Das war das wahrscheinlich Lustigste, was ich je gesehen habe. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe doch Michael bekommen. Er macht sich... Was? Michael ist auch von meinen Augen mal gewandt rausgekommen. Er macht sich all die Mühe, sich mit mir anzufreuen, damit ich ihn nicht hasse. Dann tötet er mich mitten im Gang, wendet durch Security direkt vor Martin. ... Ich kann ihn nicht mehr anzufangen. Ich bin kein johnny-jagd-jagd-jagd-jagd-jagd-jagd-jagd und die da ist eine Leiche in Navigation in Navigation? dunkelgrün und hellgrün kamen blau und türkis entgegen was was? ich bin mit ihr in Navigation reingegangen eben wir sind zusammen reingegangen aber du hast die Leiche nicht gesehen es ist mal auch dunkel du bist einfach nur blind leuchtet auf also ich kann hellgrün komplett konfirmen ich war durchgehend bei dem boah ist sonst noch irgendjemand habt ihr noch irgendjemand gesehen? dunkelgrün, hellgrün also wenn wir nach den alten Regeln spielen dann wäre es ja so dass es orange ist weil er Rassismus heißt und schwarz tot ist aber ich hab doch die Leiche angemacht warum werde ich nicht gekickt? du hast die Leiche nicht angemacht ich war da alleine an den Leiche du warst durchgehend bei mir sorry, ausgemacht versuch dich gar nicht gekickt zu werden das zu lassen ich war durchgehend bei dir du kannst es nicht sein hellgrün und dunkelgrün konfirmen sich und was? hast du das? blau und hellblau? ja ja also die ersten ich krieg doch mal aber hätte niemanden gesehen ich krieg doch mal ich krieg doch mal ich krieg doch mal viel zu still diesmal ich weiß ja ich weiß sogar gar nicht wieso du mich gewolkelt hast wieso du mich gewolkelt hast wieso du mich gewolkelt hast Ich glaube, das ist bei Annika. Nein, ich war bei Annika. Das war so ein lautes Geräusch. Ich habe mein Bein an meinem Treibhaus schon geschlossen. Ich höre es nicht. Okay, so hörte es sich nicht ganz an. Hörte sich eher so an, als würde irgendeine Kiste über den Boden geschleift werden. Okay. In, äh, wie heißt der Scheiß? Reaktor. Vor dem Simon Says Task. Also ich kann Anna, glaube ich, konfirmen, weil wir waren die ganze Runde irgendwie zusammen unterwegs. Wir waren da bei Admin und dann kam ich da auch immer noch mal vorbei. Ich weiß, dass Orange... Orange war bei Security. Ja, ich war da weggegangen. Ja, das habe ich mal gemerkt. Aber ich weiß halt... Da war ich halt hoch zu, ähm, zu Mad Bay. Und dann runter zu, ähm, weil ich war da bei Admin vorbei. Also, dass das live in Mad Bay war, das kann ich konfirmen, da war ich nicht vorher dran. Na gut. Ja, die kam da gerade raus, als ich da rein bin, glaube ich. Ja. Und wohin warst du auf dem Weg, Gabe? Was? Ich wollte dann zu, äh, was war das? Das ist auf Navigation zurück. Weil ich meine, äh, meine Kabel zu Ende fickt habe. Kann das wer confirm? Nee, kann niemand confirm. Life ist der letzte, den ich gesehen habe. Schön. Nee, warte. Irgendwer... Wenn Anikam wird's gerade nicht irgendwo gesehen? Wir waren die ganze Runde zusammen. Wir waren erst bei Navigation, dann bei Shields und dann bei Admin. Ja, da war ich auch gerade, da kam da die Fort rein. Okay, es ist doch nicht, äh, Lila. Ich dachte, er wäre es, weil er so sus ist, weil niemand confirmen kann. Aber er hat reingeschrieben, ha ha ha, Michael get wrecked, dementsprechend. Ich dachte, er hat noch ein bisschen zu sich gehautet, ist das nicht schön. Ich hab doch fast. Ah, die Leiche liegt in Electrical. Ich glaube, Geld war es tatsächlich nicht. Danke, Herr. Orange war in Security. Ja. Auf jeden Fall Navigation. Wo ein Vent in Electrical reinführt. Ich find Orange pretty sus. Ich fand den schon von Anfang an sus. Ich vote den jetzt tatsächlich mal. Rot-corün, Alter, wie er vielleicht direkt gegen mich sieht. Ich vote Orange auch. Nee, also ich kann das echt confirm, tatsächlich. Der ist nämlich, äh, ein Weapons an mir vorbei. Ja, ich liebe es, wie so ein Live-Vishat-Earthes umringt. Auf Ansage sogar. Ich hab's ja, ich hab's also von Anfang an. Die alten Regeln lügen also nie. Ich bin alleine, ich bin gerade, äh, ich bin gerade frei getreten, das lüge ich. Ähm, äh, ich, ich wurde für Hacking gebannt. Was? Ganz schön viele Bra-Monten. 1 plus 1 gleich 2. Beweiht mal die Wurzel von 2. Die Wurzel von 2 ist irrational. Warum denn? Beweiht das. Die Wurzel von 2 ist nicht die nähere Zahl. Die Wurzel von 2 heißt, halt's den Maul oder mute dich, du Bastard. Nö. Nö. Ja. Das war auf irgendeiner Internetseite, irgendwie, äh, yourlifecamp.com. Bruh, ich kann Schwarz-Kunst haben. Bruh, ich glaube, der Rassist ist rassistisch. Ich war gerade viel zu abgelenkt, um zu sehen, wer von unten rauf kam. Aber Weiß, hast du das gesehen? Geld, Geld kam von unten rauf. Geld kam von unten rauf. Das stimmt. Ich war gerade mit, äh... Sie ist, sie ist nicht in O2 reingelaufen. Okay. Aber ist dir jemand entgegengekommen, Anna? Warte, Joel, nee, weiß ich gerade nicht. Warte, Joel, warst du nicht gerade mal in Navigations? Ich war mal in Navigations, ja. Aber ich war mal bitte kurz anmerken. Ja, da muss... Also, das Ding ist, in O2, weißt du, die leichte Lage in O2. In O2 ist kein Band. Nach oben kann der Imposter nicht weggelaufen sein, weil da war ich mit noch irgendwie zwei anderen. Der muss also nach unten gelaufen sein. Das heißt, entweder muss der Anna entgegengekommen sein, oder es muss halt Joel da ein Nath gewesen sein. Ähm. Oder Anna ist halt selbst gewesen. So, das heißt, für mich sind es die Männer, Anna oder Joel. Nach und weiter. Einen Punkt anmerken, dass ich glaube, dass die Cafeteria war. Und im Hintergrund, man kann ja die ganz sehen, wenn die... Wenn du im Dunkeln, ne? Und ich bin dann, hab die Band gesehen. Und Annika stand beim Daumenblatt und beim Asteroids-Game. Und die haben anscheinend nicht gesehen, wie da jemand gewendet ist. Ja, das ist halt die Sache. Ich hab... Nee. Kurze Fragen. Ey, Mann, Leute, ich möchte jetzt endlich was sagen. Ich hab durchgehend was fragen wollen. Denn direkt unter Vice in Weapons sah ich die Wend-Animation. Aber ich hab nicht gesehen, wer da gewendet ist. Du warst doch safe, Digga. Ich hab doch in Post. Dann komm, ich hätte in die andere Richtung gegangen. Ich bin Richtung Meth-Day und dann zu Reactor gegangen. Ich war da, Alter. Dann hab ich mich auch verteidigen. Noch noch was. Leute, Leute. Das war's nicht. Ich war's nicht. Ich muss jetzt kurz ein Geworte. Ich muss mich nicht mal verteidigen. Ey, kuck euch noch, Alter. Was war das? Ich bin kein Kacken, oder, Alter? Soll ich die Klappe? Ich hab's geliefert. Aber guck mal, keiner... 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 Ich bin mir selbst, wenn irgendwer in Weapons gewendet ist, dann muss... Wenn jemand in Weapons gewendet ist, dann muss er nett gewendet sein. Und dann müsste Joel ihn gesehen haben. Und das würde ihn halt automatisch auch zum Imposter machen, so. Von daher... Ja, ja, ich bin eigentlich schon die ganze... Ich wende eigentlich nur schon die ganze Zeit über die Map. Pass auf, ich mach jetzt auch Lights. Warte, drei, zwei, eins, Lights. Mies. Ich hab dich selber, ne. Immer einfach, wenn man tot ist. Ah! Hier einめcher ist es. Hä? LOL. Was war denn da? Ne, 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 lol... Was, äh... Was sagst du denn dazu? Alter, ich hab doch gedacht, dass claiming das einmal ist... Weis-Dot. Hä? Ich bin reingegangen. Weißt du, er hat in diesem Moment getötet? Diese Anna. Und da war auch jemand anderes drin. Ich glaube, wer war in der Electrical? Ich nicht. Ich weiß... Da waren drei Leute in der Electrical. Ich war ein Admin, bruh. Ich war ein Admin und hab dann geguckt, da waren drei Leute in der Electrical. Ja, ich hab noch eine Person gesehen, die zum Band gelaufen ist. Ich war beim Reactor. Hm? Jetzt war's doch bei Security. Das heißt, wir sind uns... Nein, ich war Reactor. Auf jeden Fall, die dritte Person war auf jeden Fall im Postal. Angel, ich hab gesehen, dass die KC die Tür zu hören ist. Also, ich kann confirm, dass Blau und Orange bei Admin waren. Die beiden können, da soll es ja nicht gewesen sein. Das heißt... Schwarz, Gelb oder Hellgrün. Und da... Dann müsste die dritte Person noch grün gewesen sein. Hä? Ich war oben bei, äh... Äh, ich mein Hellgrün. Aber du war gar nicht... Aber, 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 aber... Aber, grün war ganz am Anfang mit Blau, aber den Postalenten aufzugehen sehen. Ich find das schon immer noch ziemlich fast, dass ihr das nicht gesehen habt. Ich hab' nicht gesehen, wer da war. Hä? Wo denn? Im Weapons. Bei Weapons. Ich war nicht bei Weapons. Du warst bei Weapons. Du hast das Dauber. Ne, das war Weiß. Weiß. Ich bin Richtung Roadway gegangen. Ich bin Richtung Roadway gegangen. Gelb voten, gelb voten. Jetzt schnell. 5 Euro, das war blau. 5 Euro, dicker. I voted. Oha! Was geht's unter euch? Hä? Marti, bzw. doch Marti musste sehen haben, dass ich nicht gekehrt hab. Vielleicht drüben. Da war auch ne dritte Person. Ähm. Ich find Marti... Ja gut, ich find Marti jetzt bisschen sass. Ich find Hellgrün auch noch ein bisschen sass. Tatsächlich. Ich glaube Hellgrün ist es auf jeden Fall und wir haben jetzt ihn verloren. Nein, die Imposte müsste auch Pulldown sein. Ja und? Das war's. Sass. Und vor allem eine Post ist doch raus, das ist Trail. Mhm. Erstmal hier einen Nice Guy rauszuschicken. Ja. Dann haben wir entweder... Nur ein dunkelgrün sass. Das ist schön für dich, ich bin aber nicht. Ja, ich bin genauso wenig, Digga. Hätte ich weiß töten wollen, hätte ich es direkt am Anfang der zweiten Runde in Oxygen gemacht. Da waren wir nämlich zusammen. Digga. Deine Argumentation hat halt gar keine Logik. Ist dir das aufgefallen? Natürlich hat die Logik. Nein, du sagst, ich bin's nicht, deswegen voten ihn. Ja. Und ich hab gesagt, hätte ich weiß töten wollen, hätte ich's nicht in Electrical gemacht. Das ist gar keine Logik. Die Logik gibt es hier nicht. Außerdem hätte ich nicht zu Electrical gehen können, weil blau und orange mich in Atmen gesehen haben müssen, wie ich von oben kam. Ja, dann bist du ja der zweite im Postle. Ich bin mit zwei Punkten Postlein, Kollege. Du bist jedenfalls der Erste, also raus mit dir. Vote! Vote jetzt um Orange Man... Orange Man... Ne, Orange Man muss dranbleiben. Und mein Dad. Ja. Ja. Es waren tatsächlich Gelbe Tökel. Also Martin, wie lost bist du denn? Er killt dich vor... Er killt mich vor deinen Augen und du sagst Anna war's, obwohl Anna 20 Kilometer weg steht. Hauptsache sie war's auch. Ja, aber stand genau an der Reiche. Ja, das stimmt, weil ich halt ein Leid gefängt hab. Hauptsache wir haben beide, oder? War's nicht mal im Postlein. Hä? War's der andere bei der im Postlein? Anders wäre es mal neu, dann... Lachen wir mal. Ist das ein Quater gegangen? Was ist mit deinem Airpods? Warte mal, warte mal. Warte mal, ich bin grad verwirrt. Ich bin grad verwirrt. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Fragezeichen. Ja, wir sind nur 8. Das wird jetzt hart schwer. Naja, man... Ja, ich bin ja so safe. Ja, vor allem, wenn man Leute raushortet und drüber nachdenken. Hey, guck mal, komm mal in die Vor-Einstellungen. Ich soll grad sagen, Digga, dieses... Es war einfach gar keine Null-Logik. Ja, ich war's nicht, deswegen wart ihr's. Und die anderen Leute machen das noch auf Dumm und machen das einfach. Weißt du, was die Logik war? Es war wieder light. Und ich hab gesagt, nicht, ja, ist es. Das war die Logik. Also ich fand, ich fand sehr gute... Das wär in einem noch ne Logik gewesen, wenn ich gesagt, ich bin's nicht, deswegen ist es erst und ich wird rausgewortet. Also ich fand's sehr schön. Moritz sagt einmal vielleicht lila und dann werde ich einfach gewortet. Erstens, erstens, Michael, du warst durchgehend eh schon, was? Ja, und ich war einfach... Weißt du, ich hab auch... Ich hab die ganze Runde über nix gesagt, ja. Und ich war dafür gewortet. Ja, aber danach haben wir... Ich wollte die ganze Zeit was sagen, aber... So, hm? Ich muss nicht fraggestellt, weil ich nicht verstehe, wie Kommunikation funktioniert oder so. Keine Ahnung, ich hab vergessen lassen. Das war der Wentz, der irgendwie wird es auch wieder zurückgehen. Ja, alles ist selbe, Digga. Okay, hier liegt grün. Äh, Abha... Ne, doch Abha-Engine. Ich bin schwarz, Micha. Hammer, gut gemacht. Dafür kriegst du einen Apo. Ja, ich kann auf jeden Fall... Ja, ich kann auch gelb kaufen. Aber Leute, ich bin's nicht, deswegen muss es eigentlich blau sein. Ähm... It's hot at allgemein. Micha, Micha, ganz kurz. Du bist halt einfach tot. Könntest du bitte einfach damit zu arbeiten? Deswegen bin ich denn nicht. The question is... The question... Will you shut up, man? Von... Von... Von wo kam... Von wo kam... Ich halt auch, aber... Orange, schwarz, von wo kam... Also ihr kamt ja in Electrical rein. Also von wo wart ihr davor? Ich kam aus... Also ich weiß nicht, wo schwarz der kam, weil da hab ich ihn getroffen, aber ich kam halt aus ähm... Aus Admin, da hatte ich mich gerade von Lila getrennt, der ist nach oben gegangen, ich bin nach unten gegangen. Und dann stand ich halt zusammen mit schwarz vor der verschlossenen Tür, dann waren wir halt in Admin, haben da Sachen... Dings da... Jo... Und dann kam ein Report. Okay... Und schwarz, von wo kamst du? Ähm... Ich komm auch, äh... Von Cafeteria hab ich weiß gemacht und danach war ich Admin. Das heißt, Orange hat dich gesehen, schon da? Wart ihr alle in Electrical? Warte, war... Warte, war... Da war... Da war Lila... Da war Lila jetzt auch, als ich mit in Electrical war... Mösser Anna. Nein, nein, nein... Jetzt bin ich von Electrical zusammen und ich bin links und erst rechts gegangen. Das ist richtig. Ich bin erst rechts gegangen, hm... Hm... Weißt du, wer auch rechts geht? Nazis! Ja, wir müssen trotzdem warten, wir müssen trotzdem warten. Ich wär für schwarz, weil... Das ist eine Story mir nicht ganz... Ich mach jetzt einfach Packs auf. Ja... 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 Walkout! Kannst auch fast. Ah, das ist schwarz. Ah, viel gesaugt. Uff... Ich weiß nicht genau, was er saugt, aber... Er saugt anscheinend. Aufsumige, die ich hab in der Zwarte gefllene jagt. Ich kann es einfach mal sehen. Weißt du jetzt nicht mehr? Ich hab. Na's, was ich angesagt? I-D-D-D-D-S-A-S-A-P-T-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G. Ich kann auch dich, als er saugt... Ich bin jetzt hier dran, weil ich vielleicht noch nicht mehr da. Es wird ehrenlos. Es wird ehrenlos. Wir haben noch ne Chance, wir haben noch ne Chance. Eingang zu Atmen. Ich hab's auf Camps gesehen, aber da war er halt leider schon tot. Und wer war's? Achso. Die Sache ist folgende. Ich weiß, Lila war in Reaktor, als Oxygen losging. Und ist dann auch noch umgegangen. Orange war in Security, hat immer wieder auf die Camps geguckt, dementsprechend denke ich, dass es blau ist. Wie waren die Begründungen? Weil, also ich bin ja oben rum gegangen, zum oberen Oxygen, und da kam Blau grad von der anderen Seite. Also von rechts. Da ist ein Vent, oder? Waren oben beide bei Oxygen? Ja. Von Atmen nach, äh, Rechtsdecker. Okay, das wusste ich jetzt zwar nicht, aber... Ja, ja, ja. Und grün kommt halt auch von der Zeit nicht hin, wenn halt Orangien auch... Ich hab halt noch den Reaktor zu Ende gestartet, sonst wär ich schon früher losgegangen. Also ich war unten bei Shield, und ich bin dann halt hoch gegangen zu Oxygen. Also wenn es blau nicht ist, dann bin ich mir sicher, dass es lila ist. Aber ansonsten... Dann haben wir jetzt gewonnen. War's halt nicht, aber okay. Das wird mir jetzt nicht. Nein, das könnt's ja auch einfach du gewesen sein, und die können's dann mal lügen. Ja, ich kann's ja nicht gewinnen. Ja, der hätte, der hätte mich töten können. Bruah. Ja, aber der hätte mich töten können, ist ja noch... Ja, wir haben gewonnen. Boah. Alter, kann ich kurz ranten? Ah, ich muss noch auf Richard. Wie ist los? In jeder... Ich hab so ein, zwei Vorlesungen, wo immer mal gesagt wird, man soll sich ein Buch kaufen, oder es wird empfohlen. Nö. Es gibt immer diese ein oder zwei... Uff. Ja, die dann reinschreiben, ihr könnt das bei dir und dieser Website finden. Benutzt bitte kein Amazon. Löscht euch. Löscht euch bitte einfach. Weil bei mir sagen sie nein, ihr sollt ja nicht... Warum sagen sie nein, ihr sollt... Bitte, bitte schneid das irgendwo in deinem Video rein. Es ist mir egal. Schneid's bitte in irgendeinem Video. Ich unterstütze Amazon aber auch nicht. Tschööö! 3 1